Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde Counter-Strike. Wir spielen auf der Map Agency. Fünf von zehn Players. Ready? Wo bleiben die anderen fünf Players? Aber ich liebe sie. Komm, komm on, fünf Players. Here we go. Ja, ja, stimmt. Okay, gut. Es wurde wohl doch keine. Open and Equip. Hier haben wir einen Achtball. Yay! So, close. Noch einen Achtball. Yay! Close. Oh, cool. Das Graffiti sieht sehr interessant aus. Hallo und herzlich willkommen zur Runde 1.2 Anubis 7 von 8. Äh, 7 von 8. Äh, ja. 8 von 10 Players are ready. Zwei weitere Players fehlen. Ein Player. And here we go. Anubis. Okay. Oh Gott. Äh, das klingt nach einer P90-Runde, hab ich gehört. Das wird schrecklich. Oh, was für eine Demotivation. So. Ich geb euch grad mal Glitzerstaub. Wir sind sechs Leute. Wir sind 21 Glitzerstaub für euch alle. Oh, warte. Und jetzt kommen direkt noch Leute. Äh, warte mal bis neun. Wir sind nochmal 24. Hallöchen. Ich kann nicht zählen. Hier. 21, 21. So, okay. Wie geht's euch allen? Schön, dass ihr da seid. Sorry for the delay. Oh, ist mein Sit-up. Sind ich so was ob... Ich wollte gerade sagen, was haben wir für nervige Teammates. Ja, cool, was ist das? Ah, ja. Ähm. So, wo ist dein Multi-Counter? Oh, mein Gott. Oh, Leute. Wer ist das? Ach, das seid ihr? Stopp. Oh, wow. Ich werde durch den anderen kriegen ich Schmerzen. Oh, Gott. Ihr runter müsst das nicht. Hallo? Das war eins nicht, was. Das war wirklich der Rain nicht gerade. So. Das war wirklich der Rain nicht gerade. Hallo? Hallo? Hi, Geist. Hi. Stopp. Hör auf, hör auf. Hör auf. Ich mag das nicht. Das ist nicht mal Wunder drin. Gut. Hör auf. Und da ist mein drittes Bug. Ich bin von Germany. Ich bin von Germany, ja? Ich bin von. Oh Okay So 2005 Was ist Reloading? Hi Hello Ich mach euch komplett off mute im Game I think first round we go to beat? I don't know Then let's try thee Then let's try thee Sorry Sorry, we don't know this map Yeah We don't know this Yeah It's time for Oh, so cool guys Oh mein Gott, ich bin in den Gegner reingelaufen Nein So, die Chokkas sind noch am Leben So Zwei Gegner sind noch übrig Oh shit Und, 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 holt er sich in? Holt er sich in? Oh, ist er gut gemacht So Oh Gott Oh Gott Ich hab jetzt gelacht ne? Hallo von Ball Oh Gott Ich hab waschen bitte so Alles trinklich müde Oh Zwiebel in den Gegner reinlaufen kann ich besonders aus Zwiebel Schön, dass du da bist Lange nicht mehr von dir gehört Wie geht's dir denn so? So Ist das hier in der Mitte? Sieht aus Ja, da ist das Das war ein fucking Hüsten Flashback Ich hab mich grad erschrocken wegen Hey, clean guys Oh man, das war Killsteal Hey, clear! Blech We're going down We're going down We're going down We're going down Come to the beat Come to the beat Nevermind Let's go Let's go Bobby Let's dodge Bobby Oh Gott Oh my god What the fuck I love Cheek Oh, pardon Dein Wassermarsch Oh, I'm sorry Wait a minute Hier Schon mal ne dritte Flasche vor Ne, zweite Dankeschön Wann hab ich euch das letzte Mal Glisterstopp gegeben? Weiß ich gar nicht mehr 24 Äh, das war glaube ich bei 9, gell? Wo ist denn? Da Ja, doch Neusfummer Das war schnitt Ja I'm sorry Und jetzt gibt's 10 Glitzerst- Oh Gott What's break? Jetzt gibt es 10 Glitzerstopp Let's go Let's go Let's go, ne So Wo ist denn? Wow, erstmal nochmal Wassermarsch Zero Hunter, schön dass du da bist Zero Hunter, schön dass du da bist Zero Hunter, schön dass du da bist Ich lese es gleich, das war ein bisschen längerer Absatz Lass uns erstmal A einnehmen Ich geh mit den Chunkers runter Oh, boah, ich bin schön, dass du da bist Ja, TPU läuft wieder Oh, du wieder, let go Ich hatte 4 HP lasse Hä? Ich hatte 4 HP We lose this game Yeah Planting So, ähm, der guckt da. So, ähm, 10 Glitzerstaub habe ich euch gerade gegeben, ne? Oh, das war fast gut. Ähm, so, okay, wait a minute. Ähm, ich will das tun. Mann, du, die Waffe! Ah, ja, okay. Sorry, schon wieder ein Voice-Break. Yeah! Ähm, das Spiel habe ich tatsächlich nicht. I'm sorry. So, jetzt habe ich 2001. Gib mir einen Revolver. Ah, ich habe einen Revolver. Ähm, auf den. Boah, da liegt doch nur ein Revolver. Ähm. So, die wollen A gehen. Let's go. I'm El Primo. Null Kills. Ja. Ja, ja. Ja? Was will der? Ich? Ich? Ja! Let's go! Let's go! I don't know this map. I don't know this map. Wo soll ich gucken? Ja, der kommt hier. Sehr schön, du hast es gemacht. Woho! 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 Wieschen! Roopa! Ich habe eigentlich die Gegner was? Na, ne. So. Ja, ok. Also, ich merke gerade, dass ich ein bisschen, äh, tryhunt bin. Was? Ich habe noch null Kills gemacht. Aber vier ist es. Wow. Ähm. Was? Ich habe noch null Kills gemacht. Aber vier ist es. Ähm. Ich habe gerade leider nichts zum Schmeißen. Das ist ein gutes Spiel. Wir haben gewonnen. Oder so... Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Planting auf B? Oh, ja! Let's go! Ah, Gott. So wunderschön wie bald. Sie haben doch was. Sie haben sich reingezogen. Das ist ein Problem. WTF! Fuuuuck! Lass mich raus! So cool, ne? Ah, da oben ist auch nicht zu viel. Ich laber mir irgendwie zu viel. He's fucking cheated! He cheated, he bad! He's fucking cheated! Wow, so good, so good, is he? Good job! Nein, das bin ich schon getötet! Der Wunder. Das sind 20 Sekunden. Can we go, man? This man is so bad, my friend. Was ist das denn? Ja, okay, Zero Hunter, deine Waffe. Ne AWP, okay, nächste Runde spiel ich AWP, hab ich gehört. Marcel, hast du das gehört? Was war das denn? Meine CPU ist immer noch bei 60. Oh, perfekt, geil. Ja, A ist clean, ne? I is clean. Ja, aber nur auf 60. So chill. Dankeschön. So. A ist frei, safe. Okay. Ich hab die Bombe gar nicht. Green, you have the bomb. You have to plant on age. Oh, look at me, my little friend. Oh. Was heißt 1,36 Meter groß? 1 Meter and... Was heißt 63 nochmal? Let's go, people. Wie? 36. I'm... Wait up. I'm 1 Meter and 36 tall. Toll. Mieter, Mieter, toll. Toll. Also dann die Centro, die Gosell, Mieter, Curve, Promrata. Lass mich kurz konzentriert haben. A, B, P spielen. Noch 2 B. Wieso kommt jetzt mit der Karte? Ich hab ein AWP. Oh, die Garde. So, warte mal, ich muss noch mal einen Schluck Wasser trinken. Was ist denn los? Das Spiel ist halt... Die Gegner sind entweder toxisch schon... Ah, die kriegen halt auch... Oh, nein. Jetzt hab ich's verstanden, was er grad gesagt hat. Ja, irgendwie ist mein Discord viel zu leise. Go, go, go. Das ist 1,36, Alice. Ja, ich wollte aber 1,63 sagen. Ich weiß. Hast du mir das falsch gerade gesagt auf Englisch? Oder hab ich einfach falsch nachgesprochen? Ich hab dir das falsch gesagt. Du bist vollidiot. Du bist vollidiot. Wie sagst du's mir falsch? Guck mal, solche Teammates hab ich. Solche Teammates halt braucht man keine. Nein, so klein bin ich auch nicht. Ich hab schon wieder nicht die Bombe. Green, du hast die Bombe. Kann ich die Bombe, bitte? Okay. Thank you. Du hast es in der Hintergrund. Ja, das meinte ich. Oh, da waren zwei. Oh, da ist die gerade ziemlich schnell durchgebrochen. Was? You did the flashers! Okay, wir fahren raus. Die haben sich halt schon so oft gegen die Zeit umgebracht wie ich, ne? Echt? Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Wir haben, jeder von denen hat sich schon mal zwei Teammates gegeben. 1 Meter 63. 1 Meter 63. 1 Meter 63 tall. So. Danke. Zwiebel. Zwiebel, es gibt übrigens einen neuen Kost stream geschnitten von Zero Hunter. Aha. Falls du nicht gesehen hast. Warum arbeitest du so scharf an der... Gibt es 70.000 Bomben... Ey, dann hätte ich den aber schon längst in der Board, oder? Also, safe call. Ich lieb es einfach, die Bombe zu planten. Dann fühle ich mich so, als ob ich was geschafft hätte, geholfen hätte. Blau hat jetzt die Bombe und gibt sie mir nicht mal. Bisschen, leid. Bisschen, leid. Ich hab übrigens immer noch die AWP. Ich hab gar keine... so bin ich ja ach so ich dachte ich hätte mich jetzt gefreut dass den antwort hätte ich aber schon längst geworden oder kann irgendwo der statistik nachsehen wie viele bomben man schon geplägt hat so es ist 30 nach es gibt glitzerstaub es gibt 36 glitzerstaub für jeden von euch warum ruckelt ach so ich habe gerade ich habe gerade so schiss gehabt dass meine cpu wieder kaputt geht ich habe gerade so kurz vorm heulen ohne scheiß genau so was nämlich aus als meine cpu abgestürzt ist ich habe neun konstant ich habe neun konstant green kann i have the bomb thank you you're awesome das war jetzt nicht ganz so schlau das war jetzt nicht ganz so schlau nee oder ach das war der gegner ich habe gekriegt ja oh mein gott nein jetzt sind wir 3 gegen 3 2 ich habe nicht ich habe Geld ich habe Geld ich habe Geld ich habe Geld die ganze Zeit aber ich bin halt wieso hast du 8 fps nein wir sind doch mit einem mensch weil ich acht zuschauer haben bringe mehr zuschauer es geht doch aber ich habe ihn schmeißen können dann wie connect ich mal dankeschön für den haus doch wie süß das connect now yes wo kann ich jetzt so jetzt wie wir dann gehen wir erst mal glitzer stoppt darauf dankeschön auch zwei gegner da ist das show ja eben hier bei mir ist auch das show so zwiebel so zwiebel das krieg erstmal 100 glitzer stoppt leute 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 ja das stimmt aber jetzt sind wir bei ich konnte nicht bleib ich war vorher tot du hattest auch eine pink von 115 also pink habe ich gerade von um ein einer mein einer fuß ist voll kalt und ein anderer fuß ist voll kalt er war ich habe einen heißen und ein kreis ich jetzt guck mal 19 schau jetzt gibt es neun klitzer staub wenn man die caps weg macht du hast schon eingebracht das profil von blauen ich muss das sein ja einfach so und ja doch noch mal zehn glitzer staub ein gegner ich habe eingetötet aber jetzt wisst ihr wie es aussieht wenn die cpu überhitzt also so wie immer in dem stream vorher also wie es geleckt hat so sowas und da kriegt sie kalte füße sondern einen kalten fuß der eine ist warm und der andere ist kalt der andere war ein kreis unter meinem oberschenkel und der andere war halt auf dem boden das heißt einer wohl gewärmt von einer ich kann nicht kann ich plant die bomb ja oh 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 er hat ein erster band und er braucht herr er hat die was der problem mit meinem baby ja ja genau im halbschneider das ist echt im stream hatte mein baby machen das hat keiner gesehen kann wenn man nach oben springt die ganze zeit hoch ich hab mir eine desert eagle holen kann ich hab immer noch keine stat-rack desert du bist erst mal okay bis die tage übrigens du kannst trotzdem noch roten was für ein spiel später gestreamt wird im community stream das hier war gerade einfach so ein spontaner ich hab gerade mal lust auf cs go stream ich mach mal eine beeilung mein schweiz die er hat er hat so mein Schweinchen hält Händchen mit ich bin das jetzt ein bisschen händchen halten s dort die über die 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 ich kippe keine geknäht hat die einfach so schnell also ganz echt das game war halt schon waren erstens nicht gut haben wir einfach einen gekickt auch kommt schon ernsthaft ich habe nicht das war die erste runde sehr interessante runde